Begrüßen Sie bitte an Dr. Hans-Georg Maasen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Werteunion, lieber Bernd Fleischmann, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierhin, für die freundliche Begrüßung. Ich danke auch meinen Feindenden der Antifa, die wieder einmal draußen stehen. Wenn ich eine Lokalisation suche, wo ich reden muss, dann weiß ich immer, die sind vor mir da und kann mich immer an denen ausrichten. Das sind meine treuen Stalker und Weggefährten, ob in Erlangen, in Lindau, in Augsburg oder gestern in Bad Aibling. Herr Fleischmann hatte etwas dazu gesagt. Für mich sind das diejenigen, die anders als ihre Urgroßeltern noch nicht einmal wissen, dass sie eigentlich die Nazis sind, die anderen Leuten, die Meinungsfreiheit, das absprechen, was ein Mindestmaß an Toleranz und Demokratie bedeutet. Es ist schade, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass auch diese Leute irgendwann mal lernen, wie wichtig eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auch ganz herzlich danken Angela Merkel. Ohne den Rauswurf durch Angela Merkel wäre ich heute Abend nicht da. 2018 bin ich von dem aktiven Dienst als Bundesbeamter in den passiven befördert worden, also in den 1-2-Ruhestand. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wenn man Spitzenbeamter auf Bundesebene ist, dann muss man damit rechnen, dass man jederzeit in 1-2-Ruhestand versetzt werden kann, wenn der Chefin die Nase nicht passt oder die Ohren oder wenn sie der Auffassung ist, sie hat einen besseren. Oder wenn es einen Terroranschlag gibt und sie sucht einen Sündenbock, dafür hat man dann eben diese Behördenleiter. Von daher darf man dann auch gar keine Träne vergießen, wenn man rausgeworfen wird. Aber das Jahr 2018, als ich den aktiven Dienst verließ, war für mich eine Zäsur im doppelten Sinne. Zum einen natürlich persönlich, weil ich dann vom Tempo 250, mit dem ich damals gefahren bin, mit vollem Terminkalender, ich sage mal auf das Schritttempo runtergebremst worden bin und dann von heute auf morgen meinen Terminkalender selber füllen musste. Aber zum Zweiten auch, weil ich den Eindruck hatte, und das zeigte für mich da die Episode um meine Person 2018, dass sich in Deutschland etwas deutlich verändert hatte. Und das, was sich deutlich verändert hatte, das zeigte mir die Medienberichterstattung. Wissen Sie, als Verfassungsschutzpräsident ist man zuständig für die innere Sicherheit in Deutschland, sofern das nicht Aufgabe der Polizei ist. Man beschäftigt sich natürlich auch mit Extremismus, von rechts, von links, islamistischer Terrorismus. Und ich beschäftigte mich natürlich auch im August 2018 mit dem Tötungsdelikt gegen den Deutsch-Kubaner in Chemnitz und die Hintergründe und die Begleitungsstände. Das war an einem Sonntag im August 2018. Der junge Mann ist in der Nacht getötet worden von Migranten. Und an dem Tag fanden zwei Demonstrationen in Chemnitz statt. Die eine war wohl von der AfD organisiert. Da gab es keine polizeilichen Erkenntnisse zu dieser Demonstration. Und dann gab es noch eine weitere von rechtsradikalen Organisationen organisierte Demonstrationen, wo es zu Straftaten kam. Man schreibt dann in polizeilichen Berichten versammlungstypische Straftaten von Rechtsextremisten oder Rechtsradikalen. Das waren das Zeigen verbotener Zeichen wie Hitlergruß, Pöbeln, Volksverhetzungstatbestände, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, aber keine Hetzjagden. Ich habe das zur Kenntnis genommen als Chef des Verfassungsschutzes in den Berichten, die einem dann vorgelegt werden. Und dann war ich baff erstaunt, dass in den Medien dann von Hetzjagden gesprochen wurde. Da habe ich mich gewundert, warum bin ich darüber nicht informiert worden. Eigentlich hätte ich darüber informiert sein müssen. Da haben meine Mitarbeiter gefragt, wieso weiß ich davon nichts. Da haben sie mir gesagt, es gab keine Hetzjagden. Wir haben keinerlei Erkenntnis über Hetzjagden in Chemnitz. Aber offensichtlich war die Tagesschau besser informiert. Und auch der Regierungssprecher. Ich habe dann den Landesamtleiter vom Verfassungsschutz in Sachsen angerufen, gefragt, Erkenntnis über Hetzjagden in Chemnitz, Fehlanzeige. Ich habe die Bundespolizeichef gefragt, Erkenntnis über Hetzjagden in Chemnitz, keine Erkenntnisse. Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen, keine Erkenntnisse. Nun, der Ministerpräsident von Sachsen hatte sich dann vor sein eigenes Land gestellt und gesagt, also in unserem Land, in Sachsen, gab es keine Hetzjagden, in Chemnitz gab es keine Hetzjagden. Selbst der Chefredakteur der Lokalzeitung hat sich in einem Editorial dagegen gewehrt, zu unterstellen, es hätte Hetzjagden in Chemnitz gegeben. Und dann sah ich aber, dass gleichwohl die Mainstream-Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, die Trommel der Hetzjagden von Tag zu Tag lauter trommelte. Und die Folge war, man kann sagen, weltumspannend von der New York Times bis zur Assayischen Bund in Tokio wurde dann von Hetzjagden in Chemnitz gesprochen. Aber nicht mehr von dem Tötungsdelikt. Nicht mehr das Tötungsdelikt, sondern diese ganz, ganz schlimmen Hetzjagden in Chemnitz. Und da habe ich mir damals gesagt, ja, wir haben große Probleme mit russischer Desinformation, aber wir haben offensichtlich auch Probleme mit deutscher Desinformation. Mit Desinformation von ARD, ZDF und von anderen. Ich hatte damals mit meinem Chef gesprochen, dem Horst Seehofer, dem damaligen Innenminister. Ich habe gesagt, das kann man so nicht stehen lassen. Auch die Regierung, also nicht nur Innenminister, Kanzleramt muss darüber informiert sein, dass wir, wir, die verantwortlichen Sicherheitsbehörden, keinerlei Erkenntnisse zu Hetzjagden haben. Und normalerweise ist es im Leben ja so, dass derjenige darlegen und beweisen muss, dass es etwas gibt, der das behauptet und nicht umgekehrt. Negatives kann man nicht beweisen, habe ich auch gesagt, also wenn ARD, ZDF wirklich der Meinung sind, es würde Hetzjagden geben, dann müssen die Beweise dafür vorbringen. Opfer, Zeugen, wirklich stichhaltiges Bildmaterial. Sie hatten nur dieses sogenannte Antifa-Video, was sich nachher als eine Art Fake herausgestellt hat. Dieses Video war in einem ganz anderen Zusammenhang gedreht worden. Nun, dann habe ich in Abstimmung mit Seehofer damals gesagt, oder habe Seehofer gesagt, ich gebe jetzt der Bild-Zeitung ein Interview, um deutlich zu machen, wir haben keine Erkenntnisse zu Hetzjagden. So war Seehofer hat gesagt, ja, machen Sie. So, dann habe ich dann vier Sätze an die Bild-Zeitung gegeben, habe der Bild-Zeitung nur gesagt, wir haben keinerlei Erkenntnisse zu Hetzjagden. Es mag möglicherweise eine Desinformationskampagne sein und dieses Video scheint mir nicht authentisch zu sein. Nun, dann brach ein richtiger Sturm gegen mich los. Ich dachte mir schon, dass so etwas wie ein starker Wind kommen könnte, weil ich damit all denen auf die Füße getreten bin, die diese Hetzjagd-Lüge betrieben haben. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich sagte, dass 2018 auch eine Zäsur nicht nur im persönlichen Sinne, sondern auch im sachlichen Sinne war. Ich habe es nicht für möglich gehalten, 2018, dass man in Deutschland in der Lage ist, in den Medien in der Lage ist, aus der Wahrheit eine Lüge zu machen, aus der Lüge eine Wahrheit. Und das empfand ich damals als schockierend. Ich dachte, unsere Medienlandschaft hat noch so viele Selbstheilungskräfte, dass wenn Journalisten, ob im öffentlichen Rundfunk oder in privaten Medien, eine Lüge behaupten, dass andere sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht, wahr ist dies und jenes. Und 2018 musste ich die Lektion ziehen, nein, es kann durchaus sein, dass es ein Narrativ gibt, eine Geschichte gibt, die absolut falsch ist. Diese Medien ziehen alle am gleichen Strick in die gleiche falsche Richtung und machen dann aus einer Lüge eine Wahrheit. Und das war für mich schockierend gewesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2018 hätte ich danach auch sagen können, wie der letzte König von Sachsen, 1918, als er in die Wüste geschickt wurde, Meda, macht doch euren Dreck alleine und hätte sagen können, okay, ich bin ein freier Mann, es gibt auch ein Leben außerhalb des Staatsdienstes, ich muss mein restliches Leben nicht in einem Geheimdienst verbringen, ich kann auch als Anwalt arbeiten, kann Unternehmensberater sein, kann vielleicht auch in Schwimmbäder gehen, ganz normal leben, wie viele andere auch. Aber ich habe mir damals gesagt, dass in Deutschland wirklich was falsch läuft. Das habe ich damals 2018 wahrgenommen und wie gesagt, ein Anstoß war 2018, wo ich gespürt habe, also was die Medienlandschaft angeht, haben wir ein Megaproblem. Aber ich hatte es schon vorher gespürt und auch vorher nicht nur ein Unbehagen gehabt, was die Politik in Deutschland anging, sondern habe gemerkt, dass wir hier einen wirklichen Kurswechsel haben, wo ich der Auffassung war, diesen Kurswechsel kann man nicht unterstützen. Ich habe das, ich sage mal, aus der Zuschauerreihe gesehen, weil ich damit fachlich nicht befasst war, als es um die Abschaffung der Wehrpflicht ging, wo ich als Verfassungsjurist gesagt habe, es kann nicht sein, dass man einfach per Ordo de Mufti als Bundeskanzlerin sagt, wir schaffen jetzt die Wehrpflicht ab, aber die Gesetze sagen was völlig anderes, man wendet die Gesetze nicht mehr an. Ich habe es für politisch falsch gehalten, weil es keine vernünftige Begründung gab, die Bundeswehr auf eine reine Berufssoldatenarmee zu beschränken, wo wir eine starke Landesverteidigung brauchen und nicht nur Expeditionskurs, die nach Mali, Afghanistan oder, ich sage mal, Popelmanien geschickt werden, um da vielleicht deutsche Politiker zu betreuen, wenn sie gerade mal auf Exkursion sind. Wir brauchen eine starke Landesverteidigung. Und dann ist es mir aufgefallen bei Fukushima, bei der Reaktorkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk 2011. Ich kenne die Region Fukushima aus eigener Anschauung, meine Frau ist Japanerin und ich kenne auch die Situation in Japan. Japan hat all das an Naturkatastrophen, was sonst keiner haben will. Vulkanausbrüche, Tsunamis, Erdbeben, Taifune. Japan ist ein wunderbares Land, aber leider hat es auch diese Schattenseite. Und all diese Probleme, die Japan hatte, haben sich dann oder viele dieser Probleme in Fukushima niedergeschlagen, Erdbeben und vor allem dann dieser Tsunami. Und hat dazu geführt, dass dieses Atomkraftwerk direkt an der Küste von Zendai kollabierte. Aber nicht die Japaner haben dann die Atomkraft, die Kernkraft abgeschaltet. Bis heute gibt es Kernkraftwerke in Japan. Japan braucht Kernkraft, sagen die Japaner selbst. Vorher sollen die sonst den Strom nehmen. Die haben keine Franzosen, die nebenan leben und da Atomkraftwerke betreiben können. Das nächstgelegene Land ist etliche hundert Kilometer auf dem Festland. Das wäre Nordkorea, Russland, Südkorea, China. Alles nicht gerade die prickelndste Nachbarschaft. Da kann man nicht einfach mal sagen, legt mal ein Kabel rüber. Wir nehmen euren billigen Atomstrom und wir machen hier eine grüne Klimapolitik. Nein, die Japaner sind geerdet und sagen, ja, wir hatten Fukushima gehabt und unsere Lektion ist, wir brauchen einfach sichere Kernkraftwerke, aber wir brauchen eben Strom. Wir brauchen günstigen Strom, damit wir auch unsere Automobilindustrie, unsere chemische Industrie, unsere Industrie überhaupt am Laufen halten können. Und wenn wir es nicht tun, kein anderer wird uns den Strom geben. Deutschland ist den anderen Weg gegangen. Damals habe ich schon gemerkt, diese Politik der Bundesregierung in einem entfernten Land, das 8.000, 9.000 Kilometer entfernt ist, kollabiert ein Kernkraftwerk. Und in Deutschland wurde die Konsequenz gezogen, alle Atomkraftwerke abzuschalten. Muss ich sagen, ist einfach irrsinnig. Ist irrsinnig. Und man konnte, ich habe das auch nicht damit mir erklärt, dass Frau Merkel das im Vorfeld einer Landtagswahl gemacht hat, eine derartige schwerwiegende, schwerstwiegende Entscheidung für unsere Volkswirtschaft, für unsere gesamte Ökonomie und für unser Leben in Deutschland, für die Auswirkungen auf unsere Finanzen, was auch immer, kann man nicht abhängig machen von einer, ich sage mal, despektierlich läppigen Landtagswahl in Deutschland, sondern da war ich schon der Auffassung gewesen, da muss irgendwas anderes wahrscheinlich hinterstecken. Das war nur der Vorwand oder der Anlass gewesen. Und dann kam das Jahr 2015, die sogenannte Migrationskrise. Und wie Dr. Fleischmann vorhin sagte, ich habe mich in meiner beruflichen Karriere und auch als Jurist viele, viele Jahre mit Ausländer- und Asylrecht beschäftigt. Ich hatte im Flüchtlingsvölkerrecht promoviert und komme also vom Völkerrecht, wirklich anders als unsere Ausländer. Otto Schilly hatte mich damals zu seinem Stabschef gemacht für den gesamten Bereich Einwanderungsrecht und hat damals das Einwanderungsgemeinschaft und das Ausländerrecht neu gestaltet, mit all diesen Nebenvorschriften. Unter meiner Führung wurde damals auch das Integrationsrecht erstmals in Deutschland formuliert. Ich habe damals schon die ganzen Probleme gesehen. Damals hieß 2001, 2003, mir wird damals schon klar gewesen, dass wir hier Parallelgesellschaften haben und dass wir hier eine dringende Reduzierung der Zuwanderung brauchen. Wir haben damals in das Aufenthaltsgesetz den Paragraf 1 Absatz 1 Satz 1 folgenden Satz aufgenommen. Dieses Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland und der Berücksichtigung der humanitären völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. Dieses Gesetz dient also der Steuerung und Begrenzung. Und wir haben über viele, viele Jahre auch den Zuzug nach Deutschland begrenzt. Ich war Anfang der 90er Jahre im Asylrecht im Innenministerium unter Kanter und Seitas tätig. Ich hatte damals mitgewirkt an Erinnerung des Grundgesetzes, Asylgrundrechts. Wir hatten Anfang der 90er Jahre 438.000 Asylsuchende in einem Jahr. Dann haben wir das Grundgesetz geändert, haben die sogenannte Drittstaatenregelung eingeführt, wonach Asylsuchende, die über sichere Drittstaaten kommen, kein Asylrecht genießen beziehungsweise direkt an der Grenze zurückgewiesen werden müssen. Ja, und dann ist die Zahl von 438.000 auf 20.000 auf 15.000 im Jahr zurückgegangen. 2015, im Oktober hatten wir 15.000, 17.000 Asylsuchende am Tag, am Tag. Wobei die Rechtsgrundlage sich nicht grundlegend geändert hat. Es sind einige europäische Regelungen dazugekommen. Ja, muss man sagen, aber auch die europäischen Regelungen stehen nicht über dem Grundgesetz, stehen nicht über Artikel 16a Absatz 2 Satz 1, wo es im Grundgesetz, wo es heißt, Asylrecht genießt nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland kommt. Und zu dem Zeitpunkt 2015 hatte ich dann schon lange Jahre nichts mehr zu tun gehabt mit Ausländer- und Asylrecht, jedenfalls nicht mehr im politischen Bereich, sondern ich war zu dem Zeitpunkt Chef des Bundesverfassungsschutzes, also des Deutschen Inlandsgeheimdienstes und konnte also da auch nicht mehr in dem Bereich wirken, sondern ich konnte nur noch von der Seitenlinie, ich sage mal als interessierter Behördenleiter, meine Kommentare dazu abgeben, meinen Kollegen und Nachnachfolgern in den jeweiligen Funktionen einen Hinweis geben und sagen, also Leute, das, was hier stattfindet, ich kann nicht feststellen, dass wir dafür eine Rechtsgrundlage haben. Wissen Sie, als Jurist denkt man immer an Rechtsgrundlagen. Auf welcher Rechtsgrundlage passiert das? Eine Rechtsgrundlage ist nicht der Wunsch der Bundeskanzlerin. Man muss auch den Mut haben, einer Bundeskanzlerin zu sagen, Frau Bundeskanzlerin, das, was Sie möchten, dürfen Sie gar nicht wollen. Ja, den Mut muss man als Beamter aufbringen. Und mein Eindruck war, und ich kenne ja eine ganze Reihe der damals handelnden Personen, auch im Kanzleramt, dass dann ein Wunsch formuliert wurde und dann wurden die Haken zusammengeschlagen und es wurde gesagt, wir schaffen das. Das kriegen wir hin. Anstatt zu sagen, also das dürfen wir gar nicht wollen, das werden wir auch nicht hinkriegen, versucht man das irgendwie zurechtzubiegen. Und die haben das in Teilen auch relativ gut zurechtgebogen, indem wir versuchten, genügend Betten und genügend Gelder zusammenzutreiben, um diese Leute unterzubringen. Aber was nicht in Frage gestellt worden war, waren die damaligen Entscheidungen. Die damaligen Entscheidungen, die Leute reinzuhalten lassen, hielt ich für falsch und ich sehe auch gar keine Rechtsgrundlage dafür. Und dann haben Sie ja wahrscheinlich auch noch in Erinnerung, dass es, ich glaube es war im September 2015, die Bilder durch die Medien gingen, viele, viele Menschen auf dem Ostbahnhof in Budapest, die wollten alle nach Deutschland reisen. Der Ministerpräsident von Orbán wollte sie natürlich nicht in Ungarn lassen, sondern hatte die Alternative, entweder gehen die in die Richtung oder nach Deutschland. Aber auf keinen Fall in Ungarn. Und dann meinte die damalige Kanzlerin, wir lassen sie nach Deutschland und sie sind dann in Sonderzügen, dann über Österreich nach Rosenheim. Dann sind sie alle mit Blumen und Kränzen bedacht, freundlich empfangen worden. Und ich als Jurist, ohne kaltherzig zu sein, fragte nach der Rechtsgrundlage. Es geht nicht darum, wollen wir sie reinlassen, sondern dürfen wir sie überhaupt reinlassen. Was ist die Rechtsgrundlage dafür? Da habe ich damals auch einen Kollegen gefragt, der nach Nachfolger wurde in einer Funktion aus der Rechtsgrundlage. und da verwies sie auf eine Bestimmung in der Aufenthaltsverordnung, an der ich vor Jahr und Tag selbst mitgewirkt hatte oder selbst geschrieben hatte, die einer Regelung enthielt, dass Ausländer nach Deutschland auch ohne Pass oder Personalausweis und ohne Visum einreisen dürfen, wenn sie in einer zwingenden Notsituation sind. Die Fallgestaltungen, die damals dargestellt worden sind, waren beispielsweise ein chinesischer Skisportler ist in Österreich verunglückt in den Alpen und muss unbedingt in ein Krankenhaus gebracht werden und das nächste freie Krankenhausbett ist auf deutschem Boden. Was macht man da? Man kann nicht sagen, also zurück ins Hotel, hol dir erstmal den Reisepass mit Visum für Deutschland und dann lassen wir dich rein. Geht natürlich nicht, kann man nicht machen. Dafür braucht man eine Sonderwählung für so eine Notfallsituation. Oder eine Notfallsituation, ein Seemann, meinetwegen aus den Philippinen, er leidet Schiffbruch vor Helgoland, Schiff sinkt, Reisepass, ist auf dem Meeresgrund, wollen wir ihn reinlassen. Kann man nicht sagen, also tauch erstmal runter, hol dir den Reisepass und dann kannst du ans deutsche Ufer. Geht natürlich nicht. Da ist jedem einsichtig. Für solche Fälle braucht man eine Ausnahmeregelung. Wir sind in einem Rechtsstaat oder Gesetzesstaat. Da kann man nicht einfach sagen, das biegen wir irgendwie hin. Dann braucht man eine Rechtsgrundlage für solche Fälle. Und die Rechtsgrundlage hat man eine Aufenthaltsverordnung, dass Menschen in derartigen Notsituationen natürlich auch einreisen dürfen, ohne Pass und ohne Visum. Nun, ich bin der Meinung, wir hatten damals recht gute Gesetze gemacht, die eine Materialfestigkeit haben, die man auch in gewisser Hinsicht etwas biegen kann. Aber wenn man bei diesen Hunderten oder sogar Tausenden von jungen Männern, die am Ostbahnhof lagerten, sagt, also hier ist eine vergleichbare Notsituation da, muss ich sagen, das geht nicht. Natürlich können die Leute den Reisepass beantragen, in Budapest bei der jeweiligen Botschaft. Sie müssen nicht nach Deutschland in Anführungszeichen an Land gebracht werden, um in Krankenhäusern behandelt zu werden, um vom Ertrinken geschützt zu werden. Und da war ich der Auffassung gewesen, hier funktioniert der Rechtsstaat nicht mehr, weil hier einfach das Recht so passend gebogen wird, wie der politische Wille ist. Und da habe ich einfach klares Nein gesagt. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann habe ich gesehen, ich meine, wenn man in einem bestimmten politischen Bereich arbeitet, sieht man den jeweiligen politischen Bereich, ein paar Bereiche sieht man dann noch aus der Entfernung, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe den Bereich Migrationspolitik gesehen, ich habe den Bereich Innere Sicherheit gesehen, Ich habe gesehen, wie viele Islamisten nach Deutschland kamen, auch aufgrund der Zuwanderungspolitik. Wir haben über 20 Menschen identifizieren können, die ohne Pass und Visum nach Deutschland eingereist waren und Terroranschläge begehen konnten oder wollten. Mit diesem Auftrag kamen sie zu uns. Wir haben hunderte von Personen identifiziert, die als IS-Kämpfer aus Syrien und dem Irak zu uns kamen. Wir haben gesehen, dass an den Grenzen die Leute ohne Pass und Visum kamen. Und über 70 Prozent der Asylsuchende hatte keinen Pass, weil die meisten ihre Pässe vor der Einreise nach Deutschland vernichtet hatten, weil ihnen klar war, ohne Pass werden sie nicht mehr abgeschoben oder im Zweifel die Möglichkeit, wesentlich geringer sie abzuschieben. Die Leute sind registriert worden unter Alias Namen, weil sie natürlich nicht ihre wahren Identitäten preisgeben wollten. Unter Mohammed Ali und Abu Ice Cube und so weiter Namen sind sie registriert worden. Das musste ich als Verfassungsschutzpräsident aus der Entfernung etwas so wahrnehmen und musste mir natürlich Sorgen machen, dass all die Daten, die wir gesammelt hatten über diese ganzen Scheusahle, die Pläne hatten, Anschläge zu begehen, diese Daten, die bringen gar nichts, wenn Menschen mit einer Falschidentität einreisen und wir nicht wissen, dass sie im Land sind. So auch der Attentäter vom Berliner Breitscheidsplatz, der aus Tunesien stammte, wir wussten nicht, dass er da ist, wir wussten nicht, was er in Tunesien und in Italien für Straftaten begangen hatte, er war da, reiste durch Deutschland mit nach meiner Erinnerung mindestens neun Falschidentitäten, saugte mal da, mal dort Sozialhilfe ab, und führte diesen Terroranschlag durch. Und als ich Jahre später vom Bundesuntersuchungsausschuss zum Thema Weihnachtsmarktanschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt befragt wurde, was denn der eigentliche Grund für den Anschlag war, da sagte ich, das ist unsere Migrationspolitik. Migrationspolitik aus meiner Sicht war ursächlich und das sage ich auch als Jurist, wo man den Begriff lernt, konditio sine qua non, also würde eine Situation anders sein, wenn es eine andere Vorbedingung gegeben hätte. Oder anders formuliert, würde es diesen Terroranschlag, oder hätte es diesen Terroranschlag auch gegeben, wenn wir eine andere Migrationspolitik gehabt hätten. Natürlich hätte es diesen Anschlag nicht gegeben, wenn wir eine andere Migrationspolitik gehabt hätten, weil dieser Mann war unter dieser Migrationspolitik, unter der Politik der offenen Türen, oder besser offen gesagt, der offenen Scheunentore, nach Deutschland eingereist, unter einer Migrationspolitik des Wegsehens, unter einer Migrationspolitik, der von den Medien nahezu aufgezwungenen Willkommenskultur, nach Deutschland gereist, unter einer Kultur, wo die Sicherheitsbehörden kaum Informationen von Sozialbehörden bekamen und wo einfach geduldet wurde, dass jemand mit mehreren Identitäten im Land herumreisen kann. Wo geduldet wurde, dass ein Land wie Tunesien, Deutschland auf der Nase herumtanzen kann und bis zu dem Tod von Anis Amri, dem Attentäter, sich verweigerte Heimreisepapiere auszustellen, während die Bundeskanzlerin auf der anderen Seite sagte, Tunesien ist ein so wichtiges, aufgeklärtes, modernes Land in Nordafrika, dass wir richtig, richtig Geld zahlen sollen, damit dieses Land stabil bleibt. Ich muss sagen, die Migrationspolitik war aus meiner Sicht und ist aus meiner Sicht weiterhin mitverantwortlich, wenn nicht sogar hauptursächlich dafür, dass wir hier in Deutschland diese schweren und schwersten Straftaten von Migranten haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das hatte mich dann 2019 dazu veranlasst, jedenfalls nicht Meda zu sagen, mich nicht zurückzuziehen. Ich bin in die Werteunion eingetreten, habe die Werteunion damals als einfaches Mitglied unterstützt, weil ich der Auffassung war, wir brauchen in Deutschland eine Politikwende. Und ich bin deswegen auch in die Werteunion eingetreten, weil ich CDU-Mitglied bin. Ich bin 1978 in die Jungen Union eingetreten, in den 80ern bin ich in die CDU eingetreten, weil ich der Auffassung damals war, dass die CDU eine bürgerlich-konservative Partei mit einem sozialen Flügel ist, eine realistische Partei, die deutsche Interessen vertritt. Ich habe in den letzten Jahren wahrgenommen, oder ich sage mal in den Jahren unter Frau Merkel wahrgenommen, dass die CDU einen dramatischen Linksgruß einnahm. Zunächst eine Sozialdemokratisierung und dann noch weiter nach links, was aus meiner Sicht auch als Ökosozialismus bezeichnet werden kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Werteunion wollte sich damit nicht abfinden, wollte innerhalb der CDU wirken, diesen Chorus zu ändern, und dies vor allem nach Frau Merkel. Nun, ich bin dann 2021 für die CDU in Südthüringen angetreten zur Bundestagswahl und wollte den Wahlkreis in Südthüringen gewinnen, was mir nicht gelungen war, was ich auch darauf zurückführe, dass ich einen unglaublichen Gegenwind nicht nur aus der eigenen Partei aus Berlin hatte, sondern auch aus den Medien. Es gab nahezu kein einziges Medium, das mich im Wahlkampf auch nur neutral behandelt hätte, damit wäre ich schon zufrieden gewesen, sondern es war reine Feindbekämpfung gewesen, bis hin, dass das Lokalplatz sogar die Tschüss beharrte, zu sagen, Maaßen ist das allergrößte politische Arschloch, das Deutschland aufzubieten hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sagte trotzdem, trotzdem setze ich mich dafür ein, dass wir in Deutschland eine Politikwende bekommen. Ich setze mich ein und das will ich heute Abend mit Ihnen besprechen. Zum einen, weil ich sehe, dass wir nicht nur am Abgrund stehen, sondern ich bin der Meinung, wir sind im freien Fall. Wir sind aus der 30. Etage abgesprungen oder rausgestoßen worden, fliegen gerade an der 5. Etage vorbei und manch einer in Politik und Medien sagt ja, die Luft ist noch frisch, wir haben einen guten Ausblick, es ist noch alles gut gegangen. Aber jeder, der einigermaßen klar bei Verstand sieht, wo wir landen werden, in absehbarer Zeit. Ich werde deswegen etwas zur Lage sagen, wie ich die Lage hier in Deutschland analysiere. Zum Zweiten möchte ich gleich noch etwas sagen zur Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass wir da sind, wo wir derzeit sind. Und zum Dritten, wollte ich mit Ihnen auch besprechen, was tun. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. In vielen Punkten der Analyse sind wir uns vielleicht einig, aber ich glaube, viele Leute bestätigt vor allem die Frage, wie kommen wir aus dieser Situation überhaupt wieder raus. Zunächst zur Lage. Als Geheimdienstchef, wenn man morgens ins Büro kommt, stellt man sich immer die Frage, wie ist die Lage, wie sieht es aktuell aus. Und da unterscheide ich zunächst mal zwischen der verfassungsrechtlichen oder Verfassungslage nach der Verfassungspraxis und ich sage mal nach der allgemeinpolitischen Lage, was die Verfassungspraxis angeht. Da sehe ich, dass wir eine Erosion im Grunde genommen unserer Verfassungslage haben. Ich will ein paar Punkte beispielhaft aufzählen. Der erste Punkt ist der Medienpluralismus. Wir haben in unserer Verfassung im Grundgesetz ein Privileg für Medien. Wir haben die Pressefreiheit. Die Pressefreiheit wird nicht gewährleistet einfach nur so, sondern die Pressefreiheit wird gewährleistet, weil Medien nach der Vorstellung der Schöpfer des Grundgesetzes eine wichtige Rolle in der Demokratie haben. Wir haben eine wichtige Rolle deshalb, weil die Bürger, die Wähler in einer Demokratie brauchen eine belastbare Informationsgrundlage, auf der sie auch Entscheidungen treffen können. Deswegen haben die Medien, haben Presse und auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk den Auftrag, wahrheitsgemäß in aller Breite zu informieren. Sie haben den Auftrag, sie haben den Auftrag zu informieren. Das zweite ist, sie haben auch den Auftrag einzuordnen, weil nicht jeder Wähler und Bürger aufgrund seiner Kenntnisse in der Lage ist, alle Informationen zu verstehen, weil er nicht die Fachkenntnisse hat. Auch das erwartet man vom Journalismus. Und das dritte ist, dass wir natürlich den Auftrag haben, auch die Politik kritisch zu begleiten, die Regierenden kritisch zu begleiten, das heißt, den Finger in die Wunde zu legen, Skandale aufzudecken, Missstände und Fehlentwicklungen zu bezeichnen und zu benahmen. Nun, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe und was mir 2018, wie ich eingangs sagte, deutlich wurde, ist, dass wir hier eine grundlegende Veränderung des Medien-Selbstverständnisses haben. Eine grundlegende Veränderung. Das ist für mich eine Veränderung, die nicht einfach mal so ist, wie das die Medien hier mal in Fehler begangen haben. Nein, aus meiner Sicht ist das eine Gefährdung unserer Demokratie. Ich sehe so, dass die Medien nach ihrem Selbstverständnis jetzt Haltungsjournalisten sind. Haltungsjournalisten heißt nichts anderes, man vertritt eine bestimmte Weltanschauung. Das heißt, man geht nicht vorurteilsfrei an Sachverhaltung und versucht, objektiv und wahrheitsgemäß zu berichten. Nein, man versucht, Propaganda, Haltung für eine bestimmte Position zu verbreiten. Das hat nichts mehr mit einem Journalismus nach dem Grundgesetz zu tun. Es hat eher etwas zu tun, mit dem Journalismus, der im Roten Kloster der SED entwickelt worden war, Propaganda zu betreiben für eine bestimmte Ideologie. Und ich sage, das ist eine Haltung des Journalismus, die unter dem Bonner Grundgesetz völlig inakzeptabel ist. Völlig inakzeptabel ist auch ein Haltungsjournalismus, der darin besteht, Steigbügelhalter für eine bestimmte politische Ideologie zu sein. Das heißt, die Herrschenden, die diese Ideologie vertreten, wie Praetorianer zu schützen vor Angriffen, Fehlentwicklungen zu vertuschen, unter den Teppich zu kehren, kleinzureden, zu verzwergen oder ins völlige Gegenteil zu verkehren. Das ist das, was ich derzeit in Deutschland in Teilen wahrnehme. Offene Missstände werden von Journalisten nicht mehr angesprochen. Ich will nicht sagen, von den Journalisten, aber von denen in Mainstream-Medien. Wir finden Journalisten, die es ansprechen. Wir sind die Journalisten in kleinen Medien, in alternativen Medien, aber gerade da, wo es angesprochen werden müsste, wo die Leute auch fürstlich bezahlt werden, in den Staatsmedien, in öffentlich-rechtlichen Medien, finden wir dies kaum. Wir finden vielmehr, dass die Medien ihre grundgesetzlich geschützten Möglichkeiten, ich sage mal Waffen, nicht gegen die Regierung, nicht gegen die Regierenden, mehr richten, sondern gegen diejenigen, im Volk, in der Bevölkerung, die Fragen stellen, die Kritik äußern, die einfach nur berechtigt fragen, warum ist das so? Da stelle ich fest, dass diese Medien, diese Leute diffamieren, diskreditieren, Sie kennen alle diese Ausdrücke, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Rechtspopulisten, dieses Framing, umstrittene. Ich habe es schon gemerkt, 2015, als es mit den Demonstrationen gegen die Migrationspolitik losging, als diese Leute, die auf die Straße gegangen sind, mit Bausch und Bogen, kann man sagen, als irgendwas, aber auf jeden Fall, verdammt wurden, diffamiert und diskreditiert wurden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht Aufgabe der Medien, die Bürger zu kritisieren, es ist nicht Aufgabe der Medien, den Bürgern irgendwelche Zensuren zu erteilen, es ist nicht Aufgabe der Medien, hier ein Framing durchzuführen, ob jemand umstritten ist oder nicht umstritten ist, das ist nicht Aufgabe der Medien, dafür haben sie nicht das Grundrecht auf Pressefreiheit. Es ist Aufgabe der Medien, diesen Menschen eine Plattform zu geben, es ist Aufgabe der Medien, kritische Fragen der Bürger an die Politik zu richten und die Politik zu kritisieren. Das, was derzeit... Das, was derzeit die Medien machen, ist aus meiner Sicht das völlige Gegenteil dessen. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt hinsichtlich der Verfassungspraxis, die wir derzeit in Deutschland haben, nämlich die Meinungsfreiheit. Wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist im Grundgesetz garantiert. Aber es heißt nicht, dass wir sie in der Praxis haben. Und ich habe den Eindruck, es gibt immer weniger Meinungsfreiheit und ich glaube, ich bin nicht alleine. Mein Eindruck ist, ein großer Teil der Bevölkerung hat berechtigte Sorge, dass diese Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und immer weiter eingeschränkt wird. Ich will einige Beispiele nennen. Es ist keine Meinungsfreiheit mehr, wenn jemand seinen Job verliert, weil er einer falschen Partei angehört. Es ist keine Meinungsfreiheit, wenn eine junge Doktorandin, die vor zwei Tagen bei mir war, Angst hat, nicht mehr promovieren zu dürfen, nicht mehr ihren Abschluss machen zu dürfen, weil sie einen Fehler begangen hat. Sie sprach davon, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Es gibt nur zwei biologische Geschlechter, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, aber wenn man dies ausspricht und dann Gefahr läuft, Opfer von Ausgrenzung, von Mobbing zu werden, von Diffamierung, Diskreditierung, da muss ich sagen, ich als derjenige, der in den 90er Jahren am Asylrecht gearbeitet habe, würde sagen, wenn das in irgendeinem fernen Land passiert wäre, damals in der Türkei, irgendwo im Mittleren Osten, in Afrika, würde ich sagen, ich hätte null Probleme, diesen Leuten, wenn sie zu uns kämen, das große Asyl zu geben, denn das ist politische Verfolgung. Und wenn ich dann noch zur Kenntnis nehmen muss, dass Julian Reichelt, der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung, ein kritischer Kopf, einer, der wirklich genau das sagt, was er denkt, man muss nicht immer seiner Meinung sein, aber in vielen Punkten muss ich sagen, bin ich seiner Meinung, ich spreche das offen aus, ich würde mich vielleicht anders ausdrücken, aber ich spreche das aus, was das Problem ist und was die Probleme in diesem Land sind. Und er hat gesagt, er findet es nicht akzeptabel, dass die Regenbogenflagge vor Polizeigebäuden in Berlin gehisst wird. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht akzeptabel, ich halte es auch für schlicht rechtswidrig, so etwas zu tun, weil vor öffentlichen Gebäuden dürfen nur Staats- und Hoheitssymbole gehisst werden, es darf die Bundesflagge gehisst werden, es darf die Landesflagge gehisst werden, es darf die Europaflagge gehisst werden, es darf die kommunale, die Stadt- und Gemeindeflagge gehisst werden, aber nicht die Flagge irgendeiner extremistischen Ideologie. Und dieser Julian Reichelt hat das ausgesprochen, was ich denke, was Sie denken, ich glaube, was die allermeisten Menschen in diesem Land denken, die sich einmal mit dieser Frage beschäftigt haben. Und dann hat der sogenannte Queer-Beauftragte oder Quer-Beauftragte, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, aber der von der CDU-Landesregierung neu eingeführte, in Berlin Strafanzeige gegen Julian Reichelt erstattet wegen Volksverhetzung. Strafanzeige wegen Volksverhetzung, weil er das Hissen dieser Flagge kritisierte. Und da muss ich sagen, dies ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das ist nicht nur ein Angriff auf die individuelle Meinungsfreiheit von Herrn Reichelt, sondern es ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit von uns allen. Weil wir kennen den Ausspruch von Mao, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und es ist ganz klar, wenn ein Queer-Beauftragter eine derart prominente Person mit einer Strafanzeige verfolgt, dann muss jeder andere auch damit rechnen, dass der Staat, und das ist dieser Queer-Beauftragte, er wird vom Staat finanziert, auch Leute verfolgt, die dies kritisieren. Und das ist, muss ich sagen, ein wirklicher Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Applaus Meine sehr geehrten Damen und Herren, und der dritte Punkt der Strukturgrundlagen unserer Verfassung, der mir große Sorgen bereitet, weil er mehr und mehr erodiert, ist der Rechtsstaat. Professor Papier, der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat es vor einigen Jahren in Publikationen, insbesondere in einem Buch, mal zum Ausdruck gebracht, die Erosion des Rechtsstaates. Anstatt dass diese Aussage von ihm eine Welle geschlagen hätte, die im Bundestag angekommen wäre, und sofort zu einer Untersuchung geführt hätte, ist das totgeschwiegen worden, was er sagte. Und er war nicht irgendein Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Rechtspopulist, sondern einer der namhaftesten Juristen und die Nummer 1 in der deutschen Justiz über viele, viele Jahre. Er hat das kritisiert und ich kritisiere es genauso. Und seitdem ist noch viel, viel mehr passiert. Es ist einiges passiert. Ich hatte es schon in den 90er Jahren gemerkt, als ich damals für die Rauschgiftbekämpfung zuständig war und merkte, dass in rot-grün regierten Ländern man 5 gerade sein ließ, wenn es um Rauschgiftbekämpfung ging und man offene Drogenszenen duldete. Dann ging es immer weiter. Ich habe es in der Migrationspolitik gesehen, vorhin habe ich ein Beispiel gebildet, wo man einfach das Gesetz mal zur Seite geschoben hatte und sagte, wer die Macht hat, hat das Recht und weil wir jetzt gerade regieren, machen wir es so. Ich habe es dann bei Corona erlebt, wo ich gesehen habe, nicht, dass hier irgendwelche Gutachten erstellt würden, wir haben über Verhältnismäßigkeit, bei Lockdowns, nicht, dass irgendwelche Prüfungen stattgefunden hätten, mit Blick auf die Verpflichtung für Mund-Nasen-Schutz in Schulen, bei Kindern, die Behandlung in Pflege- und Altenheimen. Es gab gar keine Prüfung. Wissen Sie, als ich Referendar war in einer Kommunalverwaltung, da musste ich prüfen, unter welchen Voraussetzungen kann man Kampfhunde anleihen. Damals war das Thema Kampfhunde ein Thema in der Politik gewesen. Und da habe ich festgestellt, wie schwer es ist, eine derartige Regelung, die wasserdicht ist, juristisch wasserdicht ist, zu erlassen. Weil Kampfhund ist nicht Kampfhund. Und es gibt unterschiedliche Situationen. Kampfhunde können zu Hause sein, Kampfhunde können auf der Straße gehalten werden, Kampfhunde im Park. Es können auch Hunde im freien Feld laufen. Es ist die Frage, ist die Leine ausreichend oder muss auch ein Maulkorb sein oder Maulkorb-Plus-Leinen. Ich sage das deswegen, weil es ist juristisch nicht einfach mal so aus der Hüfte geschossen, zu sagen, jetzt machen wir mal hier so ein Kampfhundeverbot, eine Kampfhundeverordnung. Sondern es bedarf einer sorgfältigen Prüfung. Und da kommt man nicht so ohne weiteres unter 20 Seiten weg. So, und dann gab es Corona und die Lockdowns. Und dann sah ich, dass die Ministerpräsidenten zusammenkamen und dann sagten wir, Lockdown vielleicht zwei Monate oder vielleicht doch eine Woche mehr oder eine Woche weniger. Wo bin ich hier eigentlich? Sind wir hier in einer Autokratie? Wo einfach mal so die Leute zusammenkommen nach einem Glas Rotwein und sagen, wie lange halten wir die Leute denn jetzt mal zu Hause gefangen? Mir ist heute nach dem Schabli danach vier Wochen. Und dann sagt der andere, der Merlot war heute sehr gut, mir reichen aber drei Wochen aus. Dann muss ich sagen, das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun. Wo sind denn die ganzen Gutachten, die Aussagen, Lockdown ist erforderlich, ist geeignet und ist angemessen? Habe ich nie gesehen. Und ein früherer Kollege von mir im Bundesinnenministerium, der das einforderte, wurde rausgeschmissen und bekommt derzeit ein Disziplinarverwarnung. Und da muss ich sagen, das ist rechtsstaatswidrig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im Jurastudium in, ich sage ausdrücklich, Westdeutschland gelernt, Rechtsstaat heißt Herrschaft des Rechts. Jeder steht unterm Recht, vom Bundespräsidenten bis zu dessen Fahrer, vom Chef oder CEO eines großen Unternehmens bis zu seinem Boten. Alle stehen unter dem Recht. Dann hatte ich damals auch gelernt, im Osten Deutschlands gab es auch den Begriff Rechtsstaat. Die haben die ganzen bürgerlichen Begriffe ja übernommen. Die nannten sich ja auch Demokratie. Aber die hatten ein ganz anderes Verständnis dafür, nämlich genau das Gegenteil. Rechtsstaat in der DDR war Herrschaft durch das Recht. Das Recht war ein Instrument zur Durchsetzung des politischen Willens. Ein Instrument zur Durchsetzung einer sozialistischen Ideologie. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe den Eindruck, wir sind hier wirklich auf dem abschüssigen Weg. Es geht hier nicht mehr darum, dass es dem Recht der Weg geebnet wird, sondern einer Ideologie. Und das ist jedenfalls für uns sehr gefährlich. Und lassen Sie mich in dem Zusammenhang zu einem weiteren Strukturmerkmal unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kommen, die ich für gefährdet halte. Nämlich die Demokratie an sich, die parlamentarische Demokratie. Der Verfassungsgeber des Grundgesetzes hatte mit Sicherheit nicht die Vorstellung gehabt, dass wenn man Grün wählt, bekommt man Grün. Wenn man Rot wählt, bekommt man Grün. Wenn man Gelb wählt, bekommt man Grün. Und wenn man Union wählt, bekommt man möglicherweise auch Grün. Und mit allen anderen wird nicht geredet. Der Grundgesetzgeber hatte 1949, glaube ich, etwas anderes vor Augen gehabt. Er hatte vor Augen gehabt, dass die parlamentarische Demokratie nur ein Vehikel ist für die Bürger zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele. In Artikel 21 des Grundgesetzes über die Parteien heißt es, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie wirken mit. Es heißt nicht, das Volk wirkt an der politischen Willensbildung der Parteien mit. Ich habe den Eindruck, heute wird es etwas anders interpretiert, dass das Volk im Grunde genommen nur ein Mitwirken da ist. Die politische Willensbildung, so nehme ich es derzeit wahr, findet in den Kartellparteien, ich bin mal so dreist und bezeichne die Parteien so, findet doch statt. Sie sprechen sich ab. Und das Volk hat da noch die Möglichkeit, entweder den Kartellparteien zuzustimmen, die einen mögen etwas mehr Ökosozialismus, die anderen etwas weniger Ökosozialismus, aber sie sind alle sich irgendwie doch einig. Sind die sogar einig, wenn es um die Wahl von Verfassungsrichtern geht, dass die CDU auch mal wie in Mecklenburg-Vorpommern sagt, ja, wir können auch Kommunisten wählen, wenn vielleicht auf der anderen Seite wir den Vorsitzenden irgendeinem Ausschuss bekommen. So etwas hat sich mit Sicherheit nicht der Grundgesetzgeber 1949 gedacht, sondern er hat sich gedacht, es gibt mögliche Alternativen. Der Wähler hat die Chance, diese Angebote, die unterschiedlichen Angebote zu wählen und diejenigen, die die Mehrheit bekommen, die machen dann die Regierung. Der hat sich auch nicht vorgestellt, dass dann eine politische Richtung völlig ausgegrenzt wird, in der Weise, dass sie noch nicht mehr in der Lage sind, einen Vizepräsidenten des Bundestages zu stellen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, Geld für eine Stiftung zu bekommen, wie alle anderen das auch bekommen, dass man Kontaktverbote und Brandmauern verhängt. Von Brandmauer ist im Grundgesetz selbst nicht die Rede und auch der Geist des Grundgesetzes steht gegen Brandmauern. Und ich sage Ihnen ehrlich, was meine Position ist, in einer Demokratie muss man mit allen Menschen reden, mit allen. Man muss nicht alle Menschen lieben, wie Mielke sagte, man muss nicht mit allen Menschen zusammenarbeiten, aber man muss bereit sein, auf alle Menschen zuzugehen, vor allem, wenn man sich Demokrat nennt. Man muss mit Menschen reden, gerade, wenn sie nicht der eigenen Meinung sind. Erstens will man ja sie überzeugen vom eigenen Standpunkt und zweitens kann es ja auch sein, dass der andere mal Recht hat. Jedenfalls musste ich im Leben häufiger feststellen, dass ich Unrecht hatte und ich habe dazugelernt. Auch das muss in der Demokratie ein Demokrat wollen, mit anderen zu reden und das geht derzeit uns verloren. Und ich sage auch, ich bin gegen Brandmauern in jede Richtung. Und es sind mittlerweile keine Brandmauern, die aufgebaut werden, sondern ich habe den Eindruck, hier werden, ich bin jetzt auch wieder despektierlich, antifaschistische Schutzwelle gegen die Meinungsfreiheit aufgebaut. Und zwar sehe ich das jetzt nicht nur in Richtung AfD, sondern diese Brandmauer, die man gegenüber der AfD aufgerichtet hatte, die wurde jetzt schrittweise nach links verschoben. Und sie haben mitbekommen, gegen mich lief und läuft ein Parteiausschlussverfahren in der CDU und wie durch Zufall, keine zwei Tage später, nachdem ich Vorsitzender der Werteunion wurde, wurde das Parteiausschlussverfahren gegen mich eingeleitet. Begründung ist, ich bin Vorsitzender der Werteunion. Ja, Hauptbegründung. So, was hier dieses Parteiausschlussverfahren bedeuten soll, ist nichts anderes, als dass all diejenigen, die in der Werteunion sind, die ähnliche konservative, oder ich würde noch nicht mal sagen, konservative, ganz normale Positionen vertreten, ausgegrenzt werden sollen. Die sollen jedenfalls auf der anderen Seite dieser Brandmauer sein. Und deswegen habe ich mich auch so vehement gegen dieses Parteiausschlussverfahren gestellt. Ich bin dagegen, dass innerhalb der CDU eine Brandmauer errichtet wird. Diese Brandmauer muss niedergerissen werden und ich will, dass die CDU wieder normal wird von diesem linken Kurs der Kurs. Und ich sage auch, wer Mauern errichtet, ist meistens auf der falschen Seite der Mauer. Wir haben das 1961 erlebt, diejenigen, die damals einen antifaschistischen Schutzwall errichtet hatten, haben sich selber eingemauert. Ich kann jedenfalls heute sagen, wer mir gegenüber eine Brandmauer errichtet, mauert sich selber ein und ich stehe auf der freien Seite der Mauer und ich lasse mir dadurch jedenfalls nicht meine Meinungsfreiheit nehmen. Und was Demokratie angeht, möchte ich feststellen, dass wir hier auch eine schleichende, ich sage mal, Umdefinition der Demokratie, eine schleichende Umdefinition der Demokratie haben. Wissen Sie, die Deutsch-Demokratische Republik nannte sich demokratisch. Das war nicht nur Zynismus. Das Demokratieverständnis der DDR war, dass nur Sozialisten Demokraten sind. Innerhalb des Sozialismus gab es Demokratie. Demokratie insoweit, als dass man dann sagen konnte, man möchte lieber einen solchen Sozialismus haben oder noch mehr Sozialismus haben. Es gab die Bolschewisten, es gab die Neomarxisten und dann gab es die Leute, die für Glasnost und Perestroika waren. Es war nicht so, dass ein Gorbatschow kein Kommunist war. Natürlich war er ein Kommunist gewesen, er wollte eigentlich den Kommunismus reformieren. Das war die Meinungsfreiheit. In diesem System konnte man sich äußern, auch kritisch äußern, aber man durfte den Sozialismus nicht in Frage stellen. Wenn man den Sozialismus in Frage stellte, dann war man kein Demokrat. Dann war man ein Faschist. Deswegen auch antifaschistischer Schutz, weil dann war man ein Faschist. Ich war damals also auf der faschistischen Seite, heute bin ich wohl wieder auf der faschistischen Seite. Wenn man nicht Sozialist ist, war man Faschist, Imperialist, Kolonialist, war man ein Steigbügelhalter der amerikanischen Imperialisten und so weiter. Die westliche Demokratie, die sieht völlig anders aus. Die Demokratie des Grundgesetzes sieht völlig anders aus. Nach dem Grundgesetz ist nicht nur derjenige Demokrat, der Sozialist ist, sondern jeder, der sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt, ist Demokrat, aber nicht eigentlich die Sozialisten, weil die Sozialisten einen totalitären Staat wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Politiker der sogenannten Partei Die Linke, was eigentlich nichts anderes als die SED ist, die sich mehrfach umgenannt hat, wenn Politiker dieser Partei heute sagen, wir Demokraten, wir Demokraten müssen zusammenhalten gegen diese furchtbare Partei, die nach Schwefel riecht, wir müssen zusammenhalten und alle anderen sagen, ja, wir sind die Demokraten, aber die sind nicht die Demokraten. Ich meine, wenn so etwas passiert, müsste selbst Lieschen Müller verstehen, um was es hier geht. Hier geht es um den Begriff der sozialistischen Demokratie, was keine Demokratie ist. Ein Unionspolitiker, der sich auf diesen Holzweg begibt und hier mitmacht, der ist eigentlich verloren. Ihm muss klar sein, er unterstützt hier den sozialistischen Demokratiebegriff und entfernt sich von der Demokratie des Grundgesetzes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit komme ich zu einem weiteren Problem, das ich in der Struktur unserer Verfassungspraxis sehe, nämlich die Ideologisierung des Politischen. Ich sage immer wieder Sozialismus, Ökosozialismus. Die meisten von uns glaubten 1989, der Sozialismus ist tot, aber es ist ein Zombie, er ist immer wieder gekommen und heute lebt er, ihm geht es noch viel, viel besser, glaube ich, als vor 1989. Er nennt sich nicht mehr Sozialismus, sondern er nennt sich Vokismus, er nennt sich Klimapolitik, Klimaideologie, Er nennt sich Extinction Rebellion oder Last Generation, er nennt sich Ökologismus, er nennt sich große Transformation, aber um was es hier geht, es ist Sozialismus. Und Sozialismus ist nicht Sozialdemokratie plus oder ein bisschen mehr Soziales, ein bisschen mehr Sozialhilfe, ein bisschen mehr Mitbestimmung, nein, es geht um was ganz anderes. Sozialismus ist eine totalitäre Weltanschauung. Und wie Friedrich August von Hayek der Volkswirtschafts-Nobelpreisträger in den 40er Jahren in seinem Buch Der Weg in die Knechtschaft beschrieben hatte, Nationalsozialismus und Sozialismus sind Geschwister. Der eine gönnt dem anderen das Schwarze nicht unter dem Fingernagel. Und der gemeinsame Feind, der gemeinsame Feind von beiden ist die freiheitliche bürgerliche Gesellschaft. Das sind wir. Die Nationalsozialisten wollten Kollektivismus. Die Nationalsozialisten wollten bestimmen, wie die Menschen zu leben haben. Die Nationalsozialisten wollten bestimmen, wen man heirachten darf und wer Mitglied der Gesellschaft ist und wer ausgestoßen ist. Die Sozialisten wollen eine kollektive Gesellschaft. Die Sozialisten wollen bestimmen, wie die Kinder erzogen werden. die Sozialisten wollen, dass nach Möglichkeit die Mütter als angebliche Erleichterung ihre Kinder unmittelbar nach der Abnabelung in sozialistische Kindertagesstätten geben, in Kindergärten geben, in Schulen gehen, wo der neue Mensch gebildet wird, damit die Kinder dort erzogen werden. Die Sozialisten wollen bestimmen, wie wir zu sprechen haben, dass wir nicht mehr Deutsch sprechen, sondern diese Gendersprache sprechen sollen. Die Sozialisten wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist eine Ideologie, eine Zombie-Ideologie, die wieder da ist. Jetzt tritt sie anders auf. Wie Franz Josef Strauß mal sagte, die Grünen sind wie eine Melone, außen grün, innen tiefrot, und das erleben wir derzeit. Und es ist eine Ideologie, die in Teilen mehr einer Sekte gleicht. Und das fällt mir auf, gerade im Bereich der Klimapolitik, von der Dr. Fleischmann vorhin schon sprach. Wenn ich die Klimapolitik der Grünen, die Energiepolitik infolgedessen auch sehe, und da meine ich nicht nur die Grünen in der Partei, sondern parteiübergreifend, dann habe ich den Eindruck, wir haben es ja wirklich mit einer verschworenen religiösen Sekte zu tun, die einem Glaubensbekenntnis folgen. Ein Glaubensbekenntnis, und das war mir aufgefallen bei einer Rede, nicht von irgendeiner Grünen-Politikerin, sondern von Frau Merkel in Davos, als es um das Thema ökologische Transformation ging, und da ist mir aufgefallen, ja, all das, was sie sagte, dass wir eine ökologische Transformation brauchen, ist irgendwie folgerichtig, wenn man diesem Glaubensbekenntnis folgt. Wenn man sagt, ich glaube an den Klimawandel, ich glaube daran, dass der Menschen gemacht ist, ich glaube daran, dass wir in der Klimahölle landen werden, wenn wir diesen Klimawandel nicht stoppen werden, ich glaube daran, dass das CO2 daran schuld ist, ich glaube daran, dass wenn wir das CO2 reduzieren, wir die Klimahölle verhindern können, in der wir alle verbrennen werden, ich glaube daran, wenn Deutschland das macht, wird die ganze Welt hinter uns herreiten, und ich glaube daran, dass wir es schaffen werden. Wissen Sie, wenn man dieses Glaubensbekenntnis wirklich internalisiert und reinen infantilen politischen Herzen daran glaubt, dann ist eigentlich vieles konsequent, aber das hat nichts mehr mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun. Das hat nichts mehr zu tun mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern es hat vielmehr etwas zu tun mit ideologischem Wahn, einer Wahnvorstellung, wo man die Realität völlig ausblendet, wenn sie denn nicht in Einklang steht mit dieser religiösen Überzeugung. Es wird nicht zur Kenntnis genommen, dass es Tatsachen gibt, die dagegen sprechen. Es wird auch eine Diskussion vermieden. Menschen, die eine andere Auffassung sind, die Argumente vortragen, denen wird keine Plattform gegeben, sie zu äußern. Sie werden diffamiert, diskreditiert, ausgegrenzt. Man vermeidet Diskussionen über Argumente, sondern schiebt alles auf eine persönliche Ebene, denn wenn der das sagt, dann kann das gar nicht richtig sein. man beschränkt die Diskussion letztendlich nur noch um die Frage der Umsetzung. Es wird nicht mehr darüber gesprochen, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt, ob das CO2 überhaupt von einer nennenswerten Relevanz ist. Es wird nicht darüber gesprochen, ob Deutschland überhaupt einen maßgeblichen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten kann. Es wird nicht darüber gesprochen, ob man vielleicht das CO2 auf andere Art und Weise reduzieren kann, sondern es wird nur im Rahmen dieser Glaubensüberzeugung diskutiert, ob man vielleicht zwei Jahre vorher oder zwei Jahre nachher CO2-neutral werden soll, ob es Sonderregelungen geben kann, ob das Heizungsgesetz vor oder nach der Sommerpause ausdiskutiert werden soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das erinnert mich wirklich an, ich sage mal, Politik im Sozialismus, wo im Sozialismus allen klar war, die Grundregeln des Sozialismus, dieser auch damals wahnhaften politischen Ideologie, werden gar nicht in Frage gestellt, sondern in der Ideologie wird diskutiert. Und mein Eindruck ist auch leider, dass die CDU hier auch einen falschen Weg geht, vielleicht in Teilen auch die CSU, indem sie nicht mehr Opposition gegen den Sozialismus ist, sondern Opposition im Sozialismus und da erwarte ich von den Unionsparteien im Bundestag, dass sie nicht sagen, also wir möchten, dass das Heizungsgesetz später beraten wird, wir möchten Sonderregelungen für bestimmte Gruppen haben, wir möchten, dass es vielleicht später kommt. Nein, ich erwarte einfach, dass sie sagen, nein, wir wollen es nicht, wir wollen es nicht. Ich erwarte auch, dass sie zu anderen grundlegenden Fragen einfach nein sagen, dass wenn ein Parteivorsitzender einer Unionspartei gefragt wird, haben wir zwei oder drei oder vier Geschlechter, dass sie ganz klar sagt, wir haben nur zwei Geschlechter, xx und xy und ich erwarte auch klare Aussagen, zum Beispiel jetzt zur Energiepolitik, dass hier gesagt wird, ganz klar, dass wir hier in einem ökosozialistischen Bullerbü leben werden, ja, denn eine Außenministerin ernsthaft sagt, Kenia sei ein Vorbild für CO2-Neutralität, ja, dann ist doch jedem klar, wohin unsere Zukunft strebt, ja, nach Kenia, aber nicht, aber nicht, aber nicht mit Blick auf die Außentemperaturen in Kenia, sondern dass in Zukunft von unseren Bauern offensichtlich erwartet wird, dass sie hinter dem Ochsen herlaufen bei der Feldbestellung, dass wir in Deutschland demnächst noch auf Fahrrädern und mit alten, heruntergekommenen Omnibussen zur Arbeit fahren, dass wir in Zukunft vielleicht mit Pferdedunk unsere Heizung heizen, wir also zurückfallen in die dritte Welt, das ist offensichtlich deren Ziel, ein, und ich nenne diese Leute auch grüne Kmäher, sie wollen offensichtlich einen Rückfall in die industrielle Steinzeit, und da erwarte ich von Unionsparteien sagen, wie es ist, das sind Öko-Kmäher, das sind Öko-Taliban, und wir sind dagegen. Und ich sage Ihnen auch, das Typische bei, ich sage mal, religiösen Sekten ist die Fanatisierung, die Radikalisierung und Fanatisierung dieser Leute. Und die Radikalisierung und Fanatisierung, die wird immer radikaler und größer, je weit sie entfernt sind von der Durchsetzung ihrer Ziele, je größer die Schere auseinander geht zwischen ihrem ideologischen Anspruch und der ideologischen Realität, werden sie immer fanatischer, vor allem, wenn sie darauf angesprochen werden. Und ich nehme das derzeit auch wahr bei den Grünen und den weiteren Anhängern der Klimasekte, wenn jemand überhaupt deren Politik in Frage stellt, muss man mit allem rechnen, mit Ausgrenzung, mit Übergriffen und so weiter. Das ist Feindbekämpfung, was hier stattfindet, wie man es eigentlich bei totalitären Sekten wahrnimmt. Und das ist etwas, was jedenfalls mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in keiner Weise in Einklang steht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind meine Anmerkungen, einige wenige Anmerkungen, auch wenn die etwas länger gedauert haben, zur derzeitigen Verfassungspraxis. lassen mich noch einige Anmerkungen zur derzeitigen Politik, die für dieses Land prägend sind, sagen, um dann den Abschnitt Lage in Deutschland abzuschließen. Auch da ist die Lage aus meiner Sicht verheerend. Ich sprach vorhin schon von der Migrationssituation 2015. Frau Merkel sagte damals, die Lage darf sich nicht wiederholen. Sie unterholt sich täglich, aber es wird kaum mehr darüber berichtet. Es wird kaum mehr darüber berichtet, weil 2015 hatte man Migration auf dem Radarshow, nur Migration, darüber wurde breit berichtet, auch wenn darüber breit geframed berichtet wurde mit falschen Bildern, wo kleine Menschen mit Kulleraugen dargestellt wurden, als ob das die typischen Migranten wären, die nach Deutschland gekommen waren. Aber damals wurde darüber berichtet. Heute sieht der Radarschirm der Medien etwas anders aus. Wir haben zahlreiche Themen, mit denen sich die Medien und auch wir selbst beschäftigen müssen. Es ist der Ukraine Krieg. Es ist die Energie- und Klimapolitik. Es ist die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftskrise, die wir spüren. Es sind die Nachwirkungen der Corona-Politik, die uns beschäftigen. Und ein Thema ist auch Migration. Aber man hat nicht die ganzen Kapazitäten und auch die Medien haben nicht die Zeit, darüber in aller Breite zu berichten. Aber die Migration findet jeden Tag statt. Es findet nicht mit 10.000 pro Tag statt, aber es findet gleich statt. Tausende kommen nach Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2015 hat man noch versucht, das der Bevölkerung zu erklären, indem man sagte, ja, es sind alles Flüchtlinge aus Syrien, wir müssen diesen armen Leuten helfen, die vor Krieg und Bürgerkrieg fliehen. Heute macht man sich nicht mehr die Mühe. Es gibt natürlich Flüchtlinge aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind, die in Teilen noch bei uns sind, aber der überwiegende Teil der zu uns gekommenen Migranten kommt nicht aus der Ukraine. Auch wenn sie vielleicht behaupten, Ukrainer zu sein, die Hautfarbe spricht manchmal dagegen, dass sie Ukrainer sind. Es sind vielfach Leute, die eben aus Nordafrika kommen, aus dem Mittleren Osten kommen, aus Afghanistan kommen sie zu uns. Sie werden übers Mittelmeer zu uns geschleust, sie kommen nicht wegen Krieg und Bürgerkrieg zu uns, sie kommen, weil sie teilweise Opfer von gewissenlosen Schleusern sind, die mit diesen Leuten richtig, richtig Geld verdienen wollen. In keinem anderen Bereich der organisierten Kriminalität sind die Profitraten so hoch wie im Bereich der Schleusungskriminalität, wesentlich höher als im Bereich der Drogenkriminalität. Sie werden auch nach Deutschland und Europa geschleust, weil wir Politiker haben, die diese Leute einfach bei uns haben wollen. Sie erklären uns nicht mehr warum, aber man kann es teilweise aus Statements schon heraus interpretieren. So gab es ein Statement von einem sogenannten Flüchtlingshelfer im Januar, einem Flüchtlingshelfer, der Migranten übers Mittelmeer nach Italien, nach Deutschland bringt, der in einem Tweet gesagt hat, auf die Frage, warum denn diese Menschen zu uns gebracht werden? Er sagte, erstens, weil sie die Hebel in den Händen haben, sie haben die Macht dazu und zweitens, weil sie wollen, dass in 50 bis 100 Jahren keine Weißbrote mehr in Deutschland und Europa leben. Weißbrote, also Menschen mit weißer Hautfarbe, heller Hautfarbe. Er sagte, das lustige Leben der Weißbrote wird dann zu Ende sein. Ich hatte das dann kritisiert als Rassismus, wer Menschen als Weißbrote beschimpft, ist offensichtlich Rassist. Er unterscheidet zwischen positiven Menschen, offensichtlich Menschen mit nicht heller Hautfarbe und negativen Menschen, die irgendwie durch die Migration weggedrängt, ausselektiert werden sollen. Und das ist für mich nichts anderes als klassischer Rassismus. Das hat mir allerdings dann auch dieses Parteiausschlussverfahren gebracht, weil kritisiert worden ist, Maaßen sagt Rassismus, also ist er Rassist. Das ist so genauso, wie wenn ein Staatsanwalt sagt, der ist ein Mörder, also ist der Staatsanwalt ein Mörder. So irrsinnig ist die Argumentation. Ich hätte jedenfalls von den Unionsparteien erwartet, dass die diesen ungeheuerlichen Vorfall zum Anlass nehmen und selbst dies thematisieren, dass wir in Deutschland offensichtlich eine auch von Regierungsstellen mitgetragene Migrationspolitik haben, die einem ganz anderen Zweck dient, oft nicht einem rassistischen Zweck dient. Die Weißbrote sollen verschwinden und andere Menschen sollen in diesem Land angesiedelt werden. Und das ist Rassismus. Und da erwarte ich auch von der Union, dass sie das kritisiert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wirtschaftspolitik in Deutschland, nehme ich seit Jahren, war als eine Wirtschaftspolitik zugunsten der großen Unternehmen. Keines dieser großen Unternehmen im DAX, im MDAX muss sich wirkliche Sorgen machen. Sie finden immer einen Rettungsschirm. Egal, was die CEOs machen oder was die Bundesregierung wieder anstellt, ob sie Kernkraftwerke abschaltet oder Braunkohletagebau einstellt, den Unternehmen geht es ordentlich. Es gibt immer wieder Geld, das in deren Kassen fließt. Man könnte sagen, diese großen Unternehmen sind mittlerweile so ähnlich wie Kombinate und die CEOs wie Kombinatsdirektoren. Sie können machen, was sie wollen. Sie sind systemerhaltend, sie kriegen das notwendige Geld und sie brauchen sich letztendlich auch keine großen Gedanken über die Ausrichtung ihrer Unternehmen zu machen. Und ganz anders ist es mit der mittelständischen Wirtschaft. Und da habe ich den Eindruck, dass seit etlichen Jahren, man könnte sagen, Krieg gegen die mittelständische Wirtschaft geführt wird. Bei Corona war es deutlich gewesen, die großen Oligopole, vor allem in den USA, die konnten jubeln über die Corona-Politik und die Lockdowns und die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland gingen dann auf dem Zahnfleisch. Dann sehen wir es jetzt mit der Klimapolitik, mit der Energiepolitik, mit der Energiewende, wo mehr und mehr Unternehmen darüber nachdenken, entweder zu schließen oder ins Ausland zu gehen. Wo mehr und mehr Selbstständige, wo Unternehmer, wo auch Leitende Angestellte sagen, also sie können hier dieses Land nicht mehr mittragen. Letzten Jahr sind 270.000 Deutsche, nicht Ausländer, die in Deutschland lebten, sondern Deutsche haben das Land verlassen. Das waren mitnichten Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger, sondern das waren die Leute, die im Grunde an diesen Staat mittragen, die Steuern zahlen, die was zur Bildung beigetragen haben. Und man kann sagen, die tragen in Säulen dieser Gesellschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt Zufälle, aber ich glaube, viel weniger, als man denkt. Und ich glaube, diese Wirtschaftspolitik ist nicht fahrlässig, sondern ist vorsätzlich mit einer Absicht, einen Krieg gegen die mittelständische Wirtschaft zu führen. Und da erwarte ich auch eine klare Aussage der Innenkrieg. Und lassen Sie mich an dieser Stelle auch noch etwas zum Ukraine-Krieg sagen. Ich bin kein Putin-Versteher. Ich verstehe Russland etwas, weil ich ja nun den Inlandsdienst geleitet hatte und wir da auch eine starke Arbeitseinheit hatten, was Russland angeht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man andere versteht. Und Versteher heißt nicht, Verständnis haben. Und ich verstehe, denke ich, auch die Amerikaner sehr gut. Ich habe viele, viele Jahre mit amerikanischen Kollegen zusammen gearbeitet und habe viele Biere mit denen getrunken, hatte viel Spaß gehabt und viele Erfolge mit denen erzielt. Aber ich habe nie Frau Merkel verstanden, die einmal sagte, abhören unter Freunden geht gar nicht. Ich habe es deswegen nicht verstanden, weil die Amerikaner uns eigentlich nie als Freunde angesehen haben. Ich will damit nicht den Amerikanern zu nahe treten, aber deren Perspektive ist einfach eine ganz andere auf uns. Wir sind deren Partner. Wir sind diejenigen, mit denen sie Deals machen, die für die nützlich sind. Und wenn man deren Mentalität kennt, so wie ich sie beruflich kennengelernt habe, dann haben sie in aller Regel in erster Linie gesprochen über American Interest. Was ist im amerikanischen Interesse? So, und in der Vergangenheit, muss ich sagen, hat mir verdammtes Glück gehabt, Deutschland war im amerikanischen Interesse gewesen. Und im amerikanischen Interesse war es, dass es ein starkes, wirtschaftlich starkes Deutschland gab. Im amerikanischen Interesse war es, dass Deutschland es zugelassen hatte, dass wir hier 119 Standorte für das amerikanische Militär haben. Also wir sind mittlerweile der größte amerikanische Flugzeugträger. Im amerikanischen Interesse war es, dass wir die Amerikaner da und dort bei den jeweiligen Scharmützeln mit unterstützt hatten. Aber die Amerikaner haben auch andere Interessen. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Und wenn ich diesen Krieg in der Ukraine sehe, dann ist es für mich ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland, wo die Amerikaner auch ihre Interessen haben. Und die Interessen, das hat der Präsident Biden mal gesagt im letzten Jahr, ebenso der Außenminister, ist ein Systemwechsel in Russland. Ja, das kann man als Stil verfolgen. Ich kann mir die amerikanische Perspektive da gut vorstellen, dass sie lieber ein Jelzin hätten mit einem Schodorkowski, wo sie freien Zugang haben, auch zu Rohstoffen, wo es leichter ist, mit den Russen Deals zu machen. Klar ist das eher im amerikanischen Interesse, weniger im russischen Interesse. Und das russische Interesse dürfte ein anderes sein, was die Ukraine angeht. Aber da stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich unser Interesse? Unser Interesse ist nicht deckungsgleich mit dem amerikanischen, nicht deckungsgleich mit dem russischen, auch nicht deckungsgleich mit dem ukrainischen Interesse. Was ist das nationale deutsche Interesse? Ich hatte früher schon, als ich in der Administration, im Innenministerium war, im Verfassungsschutz war, immer wieder gewundert, wie schwer es deutschen Politikern und auch Spitzenbeamten fiel, das deutsche Interesse zu definieren. Und dieses deutsche Interesse ist nicht deckungsgleich mit der EU, ist auch nicht deckungsgleich, wie gesagt, mit dem amerikanischen Interesse, sondern wir haben eigenes nationales Interesse. Und da sage ich Ihnen zum Ukraine-Krieg, meine Position ist, das nationale deutsche Interesse muss sein, dass es in Ukraine zu einem Waffenstillstand kommt und dann zu einem Frieden. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir hier wieder zu Frieden in Europa kommen, auch wenn es vielleicht, ich sage mal, der derzeitigen Administration in Washington nicht gefällt. Ich halte es für zwingend notwendig. Wie gesagt, ich bin kein Anhänger von Putin, ich bin kein Verständnishaber für dieses System dort in keiner Weise. Aber ich sage mal, meine persönliche Überzeugung ist, auch aufgrund meiner Berufserfahrung, auch aufgrund meines Geschichtswissens ist, und zwar ist eigentlich immer gut gegangen, wenn wir ein gutes Verhältnis zu den Russen hatten, und zwar ist es immer schlecht gegangen, wenn wir es schlecht hatten. Und ich würde von einer Chefdiplomatin, die vom Volkerrecht her kommt, würde ich erwarten, dass sie hier nicht Kriegsministerin spielt, sondern dass sie verhandelt. Ja, und der Westen hat auch mit den Taliban verhandelt. Sie erinnern sich, die Taliban, die Taliban waren das Allerschlimmste, was der Westen in den Medien über lange Jahre dargestellt hatte. Ja, wie schlimm die Taliban waren. Und warum? Die Taliban war noch die Begründung, dass wir 20 Jahre die Bundeswehr dort hatten. So, und plötzlich wurde dann im Geheimen, wurde ein Vertrag gemacht. Zwischen den Taliban und den Amerikanern. Und die Amerikaner sind vertragsgemäß, vertragsgemäß aus Afghanistan geflüchtet. Ja, nach dem Vertrag von Katar sind sie geflüchtet. So, hätte man auch anders machen können, aber es war wenig professionell und wir sind hinterher gelaufen. So, wenn man in der Lage ist, mit den Taliban ein derartiges Abkommen abzuschließen, muss man auch in der Lage sein, mit Straf auf mein Gespräch zu führen. Und das würde ich von der deutschen Außenministerin erwarten, dass sie sich nicht hier als Kriegsministerin geriert, sondern dass sie alles unternimmt, alles unternimmt, um Gespräche mit den Russen zu führen, Gespräche mit den Ukrainern zu führen, damit dieser verdammte Krieg endlich am Ende fängt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr, sehr viele fragen sich, wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen, zu diesem schleichenden Wandel der Verfassungspraxis, zu diesen Veränderungen in diesem Land. Ich glaube, es ist sehr schwer, das zu erklären, wenn man nicht, ich sage mal, Beteiligte hat, die reden, wenn man keine Akten hat, die man lesen kann, sondern wenn man im Grunde genommen versuchen muss, verschiedene Mosaiksteune zusammenzubringen. Ich habe mich viele, viele Jahre damit beschäftigt, aber ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt auch kein abschließendes Bild, sondern gehe ähnlich wie einem Ermittler vor, der im Grunde genommen ein Tatergebnis vor sich liegen hat, eine Straftat vor sich hat und die Rückschlüsse ziehen muss, wer war es und warum ist das passiert. Und was ich so, was diesen schleichenden Verfassungswandel angeht, wahrnehme und wie ich das derzeit analysiere, ist, oder ich würde drei Faktoren nennen, es gibt sicherlich noch mehrere, aber drei, die mir besonders ins Auge fallen, folgendes. Erstens, es hat ja in Deutschland den langen Marsch durch die Institution gegeben und der ist jetzt zum Abschluss gelangt. Der lange Marsch durch die Institution war 1971 von Helmut Schelsky, einem der renommiertesten westdeutschen Soziologen, schon beschrieben worden. Er war ein großer Kritiker der Neomarxisten und der Kulturmarxisten. Und er hat in Analyse der 1968er Jahre und dieser Bewegung und der Frankfurter Schule gesagt, es wird in Deutschland und im Westen nie eine Oktoberrevolution geben. Und die Marxisten und Kulturbolschewisten haben nie von der Weltrevolution Abschied genommen, sondern sie verfolgen ihre Ziele, aber sie werden es anders machen. Und der lange Marsch durch die Institution beginnt in den öffentlich-rechtlichen Medien, geht über die Universitäten, Geisteswissenschaften, in die Erziehungsinstitutionen, Bildungsinstitutionen, geht in die Zivilgesellschaft, also Bildung von NGOs, geht in die Parteien und da völlig egal, welche Partei, geht dann in Kirchen und Gewerkschaften. Und was ich jetzt wahrnehme, ist, dass Helmut Schelsky, der 1971 das geschrieben hatte und dessen Schrift damals Pflichtlektüre beim Verfassungsschutz war und in Teilen der Bundeswehr war und der damals schon ziemlich resigniert wirkte bei seiner Schrift, dass Helmut Schelsky recht hatte. Was wir erlebt haben, war der Marsch durch die Institution. Wir haben Neomarxisten, wir haben Antifa-Anhänger in Spitzenpositionen in diesem Land. Wir haben einen Bundespräsidenten, der für den Paul-Rubenstein-Verlag gearbeitet hatte, einen Verlag, der vom SED oder vom MFS finanziert worden war. Wir haben Leute, die der Roten Hilfe angehörten oder sie unterstützten oder Solidaritätserklärungen abgegeben haben und jetzt im Parteivorsitz sind. Wir haben eine Parteivorsitzende der SPD, die sagt, wir sind Antifa. Also man muss sagen, bis in die höchsten Staats- und Regierungsämter sind Linke, Linksradikale, Linksextreme angekommen und natürlich auch in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien vor allem. Darauf können wir noch zu sprechen kommen. Ich sagte, in den Institutionen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht eine Fanatisierung in Teilen der Gesellschaft. Eine Fanatisierung insoweit, dass man durch Angst und durch diese Klimawahn gerade die jungen Menschen versucht, erfolgreich zu fanatisieren. Dieser Fanatismus dieser Leute ist teilweise blind und ist rigoros, wenn man hört, wenn der Klimawandel droht, haben wir keine Zeit mehr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Dies wird von Seiten der organisierten Klimabewegung gesagt und aus meiner Sicht ist es nichts anderes als verfassungsfeindlich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das Klima steht unter dem Grundgesetz. Das Klima steht nicht über dem Grundgesetz. Und dann ein dritter Punkt in dem Zusammenhang ist, das Ganze hat ja Geldgeber. Ich hatte früher schon erlebt, dass es Geldgeber für die Taliban gab, dass es Geldgeber für die Mujahedin gab, dass es Geldgeber gab für sogenannte Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, in Afrika. Und diese Geldgeber, ob das Staaten oder große Unternehmen oder Fonds waren, die haben sich regelmäßig nicht gemein gemacht mit den Zielen dieser Leute. Also die Leute, die finanziell die Mujahedin und Taliban unterstützt hatten, das waren keine überzeugten Muslime und schon gar nicht überzeugte Islamisten gewesen, sondern es ging um etwas ganz anderes. Es ging, diese Leute als nützliche Idioten zu instrumentalisieren, entweder für den Profit oder letztendlich für außenpolitische oder globalpolitische Ziele. Die Destabilisierung von Staaten und einen Systemwechsel herbeizuführen. Und wenn ich jetzt sehe, dass aus dem Ausland heraus die Klimasekte in Deutschland finanziert wird, dann liegt es nicht daran, dass die Finanziers ein großes Herz für das Klima haben. Oder wenn Fonds sagen, wir müssen hier mehr für diese Vogue-Ideologie tun oder wir unterstützen nur Unternehmen, die diese Vogue-Ideologie unterstützen, dann hat das nichts damit zu tun, dass die Firmenlenker oder die Fondsmanager dieser Ideologie nahestehen. Nein, das ist Instrument. Instrument zur Dekonstruktion unserer Wirtschaft und Instrument, um ein höheres Maß an Profit rauszuschlagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren. So, das ist ein langes Lamento. Ich nehme an, in vielen Punkten konnten Sie mir folgen und in vielen Punkten drängt sich Ihnen auch die Frage auf, was tun. Was kann man dagegen tun? Ich sage Ihnen ganz offen, eigentlich kann man sehr viel sehr schnell tun. Ich stelle mir vor, ich wäre nur 15 Minuten auf dem Posten von Olaf Scholz, siebte Etage im Bundeskanzleramt. Was ich da alles machen könnte, in 15 Minuten, ich würde in der ersten Minute, würde ich dem Chef der Bundespolizei eine Weisung schreiben, sofort Grenzzurückweisung. Da brauche ich keine Minute, um das zu Papier zu bringen. Ich würde zu Papier bringen, Verbot der Gendersprache in Bundesbehörden, andernfalls des Dekonstruktionen. Ich würde zu Papier bringen, ganz einfach, Verbot der Regenbogenflagge, vor allem Bundesgebühren. Ich würde in Auftrag geben, dass NGOs, sogenannte NGOs, wie Amadeo Antonio Stiftung, keinen Cent mehr vom Steuerzahler betrachten. Ich würde in Auftrag geben, dass diese Klimasekten-Gesetze, die wir hier haben, rückgängig gemacht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will Ihnen nur beispielhaft sagen, ich glaube in 15 Minuten kann man schon sehr sehr viel machen und es ist leicht. Es ist jedenfalls viel viel leichter, als man denkt, was zu verändern. Und wir werden, da muss man natürlich auch offen miteinander umgehen, natürlich, wenn man etwas verändern will, Deutschland nicht mehr so verändern, wie es einmal war, wie es in den 80er Jahren war oder 70er Jahren oder Anfang der 90er Jahre. Das werden wir nicht hinbekommen. Aber wir werden ein freies Deutschland schaffen können, ein demokratischeres, ein rechtsstaatlicheres, wenn wir denn wollten, wenn wir nicht nur 15 Minuten regieren, sondern wenn wir vier Jahre dazu hätten, regieren zu können. Nur, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist leicht, das zu verändern, was sehr schwer ist, auf diesen Platz zu kommen, um das zu machen. Also wenn Olaf Scholz das sofort machen würde, würde ich sagen, bravo, dann bräuchte ich hier auch nicht zu reden. Und wir alle könnten nach Hause gehen und den Abend vielleicht anders verbringen, aber Olaf Scholz macht es nicht. Ein Habeck macht es nicht. Ich habe auch Zweifel, ob Friedrich Merz das so machen will, wie ich mir das vorstelle. Und ob ein Markus Söder das machen wird, weiß ich auch nicht. Ich habe da auch so meine Zweifel. Und da habe ich den Eindruck, vielleicht brauchen diese Leute auch Anschubhilfe, damit, wenn sie da wären, dass sie das Richtige machen. Aber das Entscheidende ist, da hinzukommen. Und die Frage ist, wie kommen wir da hin? Die Frage ist, wie schaffen wir eine Politikwende in Deutschland? Ach, ihr Leben! Wie schaffen wir eine Politikwende in Deutschland? Ich sage gerne gleich noch etwas dazu. Also ich sagte anfänglich, wir wollen in der CDU wirken, wir als Werteunion. Nun hat die CDU alle meine Liebesbekundungen in den letzten Jahren zurückgewiesen. Immer wieder haben wir gesagt, wir wollen euch unterstützen. Ja, wir wollen euch helfen. Lieber Friedrich Merz, also wir sind an deiner Seite und du kannst auf uns zählen. Und wir machen mit dir eine Politikwende und wir haben so viele gute Leute, die kannst du in dein Team aufnehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, unsere Liebesbekundungen sind zurückgewiesen worden. Ich meine, wie ist das mit einer verschmähten Liebe? Irgendwann wird diese verschmähte Liebe natürlich dann auch frustriert sein. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht mit der CDU verheiratet. Und wir können auf unseren eigenen Weg gehen. Wir können auf unseren eigenen Weg gehen, wenn CDU und CSU nicht bereit sein sollten zu einer Politikwende. Wir bieten es immer noch an, bei einer Politikwende stehen wir Gewehr bei Fuß und dann können wir sowas von unterstützen. Aber wenn CDU und CSU das partout nicht wollen, dann ist denen nicht mehr zu helfen. Ja, dann, wenn die permanent weiter uns, ich sage mal, mit den Grünen betrügen. Ja, immer wieder zu den Grünen rüberschielen. Mit denen Verhältnisse anfangen. Dann muss ich sagen, dann können wir auch anders. Und dann werden wir auch einen anderen Weg gehen. Und jetzt ein paar Worte zur AfD. Ich sage mal, das ist die Partei, die in Deutschland am meisten dämonisiert und diffamiert worden ist. Die ist so dämonisiert, dass, wenn man von AfD redet, man eigentlich schon den Schwefelgeruch in der Nase hat. Das ist die Partei, aus meiner Sicht, die allerdings Probleme anspricht, was andere nicht tun. Das ist die Partei, die Probleme ausspricht, während andere wegducken und sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich sage auch, es ist schlimm. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele, viele Probleme, die von der AfD ausgesprochen werden, auch die Probleme sind, die wir von der Werteunion auch sehen. Die wir auch als die Probleme, zentralen Probleme unseres Landes sehen. Was mir Probleme bereitet bei der AfD ist einfach, egal mit welcher Führungskraft, ehemaligen Führungskraftmann von der AfD redet sie, ob es ein Herr Meuthen ist oder eine Frau Petri oder auch selbst ein Herr Lucke ist, das sind alles Leute, die im Grunde genommen kein gutes Haar an dieser AfD lassen. Und wo auch ein Herr Meuthen jüngst in einem Interview sagt, das wäre aus seiner Sicht eine radikale Partei. Und da muss ich als Außenstehender sagen, was bleibt mir denn da noch übrig, als zu sagen, also der Mann muss es eigentlich wissen. Wir als Werteunion sagen, wir wollen dann, wenn unsere Liebe verschmäht wird, dann gegebenenfalls unseren eigenen Weg gehen. Aber ich sage Ihnen, was unser Ziel sein muss. Unser Ziel muss sein, dass alle bürgerlichen Kräfte zusammen eine Politikwende hinbekommen. Und dafür brauchen wir in Deutschland 51 Prozent. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was können Sie und was können wir alle tun? Natürlich können Sie uns unterstützen als die Werteunion. Aber was Sie auch machen können, ist über die Probleme, die wir, die Sie und ich sehen, mit anderen zu reden, Leute zu überzeugen. Ich glaube, dass immer mehr Leute wach werden. Und Ihnen wird klar, dass wir hier in diesem Land eine Politik haben, die nicht nur Fehler macht. Dass wir nicht nur von Leuten regiert werden, die dumm sind, das sind sie auch. Aber teilweise wird die Dummheit auch vorgespielt, um Bosheit zu verstecken. Dass wir hier einen Systemwechsel haben. Die Leute wollen ein anderes Gesellschaftssystem, auch wenn sie nicht offen darüber reden. Darüber muss man mit Menschen reden. Ich habe den Eindruck, im Osten Deutschlands sind die Menschen etwas früher wach geworden. Die Sonne geht bekanntlich im Osten früher auf. Und mir hatte man im Wahlkampf in Thüringen 2021 gesagt, Herr Maaßen, Sie kommen aus dem Westen, aber wir kommen aus der Zukunft. Wir kennen das alles schon. Wir wissen schon, was auf uns zukommt. Die in Köln und Düsseldorf und Frankfurt, die kriegen das nicht mit. Wir wissen, wenn um 20 Uhr der Gong ertönt, der Tagesschau ist nicht mehr Tagesschau, sondern aktuelle Kamera. Die im Westen, die wissen es nicht, weil die nie die aktuelle Kamera gehört haben. Ich glaube, mehr und mehr in Deutschland wird den Leuten klar, dass wir es hier zu tun haben mit einer grundlegenden Veränderung. Auch denen in Düsseldorf, in Frankfurt und in Köln. Bei denen geht jetzt langsam die Sonne auf und die begreifen es. Was wir machen können, ist, die Leute noch stärker zu mobilisieren. Wir müssen die Menschen mobilisieren und aufmerksam machen darauf. Das sind nicht nur Fehler, sondern es ist ein Systemwechsel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser politischer Gegner möchte, dass wir frustriert sind, dass wir hoffnungslos sind. Dass wir nach Hause gehen und ins Bett legen und uns sagen, der Krieg ist verloren und die Ökosozialisten haben den Krieg gewonnen. Das ist die klassische Technik von psychologischen Operationen, wie ich es früher mal lehrbuchmäßig gelernt habe. So geht man vor, dem Gegner klarzumachen, Junge, geh nach Hause, der Krieg ist aus. Ich sage, der Krieg hat noch gar nicht richtig angefangen, weil wir unsere Druck noch nicht mobilisiert haben. Wir haben noch nicht richtig angefangen, weil wir unsere Druck nicht mobilisiert haben. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir diese Auseinandersetzung gewinnen werden. Bin mir ganz sicher. Erstens, der Gegner kann es nicht. Die haben nicht die hellsten Leuchten im Lampenladen. Das sind teilweise 20 Watt Leuchten, wenn ich so an die auf der anderen Straßenseite denke. Das sind teilweise bildungsferne, berufslose Leute, die es in die Politik verschlagen hat. Was sie können, das sind Netzwerke bilden. Was sie können, das sind Talkshows sitzen. Was sie können, ist auch zerstören. Was sie können, ist dekonstruieren. Was sie können, ist fanatisch einer Ideologie hinterherlaufen. Aber sie können nichts Brauchbares, Neues, Tragfähiges aufbauen. Und dann schaue ich mir unsere Truppen an, die wir noch weiter mobilisieren müssen. Sie, ich. Wir sind nicht berufs- und bildungslos, wir sind genau das Gegenteil. Wir sind Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung. Wir haben was geschaffen, wir haben was geleistet. Wir haben was hinbekommen, wir haben Kinder großgezogen. Wir können stolz auf unser Lebenswerk sein. Und wir wissen, wie es geht, wie es besser geht. Wir wissen, wie man Brücken baut. Und wir wissen auch, dass man nicht 15 Jahre für einen Brückenbau braucht, sondern dass man es auch in zwei Jahren hinbekommen kann. Was uns fehlt, ist die Mobilisierung. Wissen Sie, das Bürgertum hat in den letzten 50 Jahren den Fehler gemacht, zu denken, Demokratie besteht darin, einmal in vier oder fünf Jahren zur Wahl zu gehen, Steuern zu zahlen, die Kinder gut zu erziehen. Und dann gibt es die Profis in Berlin, in München, in Stuttgart. Und die machen die Politik für uns. Und jetzt haben wir gemerkt, die machen nicht unsere Politik, die machen eine andere Politik. Und jetzt müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns nicht darum kümmern, es gibt nicht irgendjemanden, der es macht. In jemanden gibt es nicht. Es ist unser Job, das zu machen. Uns dafür einzusetzen, entweder in der Wertunion oder in anderen Parteien, auf der Straße bei Demonstrationen, am Arbeitsplatz in der Diskussion, mit Kollegen in der Familie, dass man klarstellt, für welche Position man steht. Im Verein, wenn man merkt, jemand wird ausgegrenzt wegen einer bestimmten Überzeugung, dass man sich für ihn einsetzt. Es liegt einfach an uns, etwas zu tun. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn wir uns mobilisieren, und jetzt nehme ich einen Ausdruck einer Dame, die ich nicht besonders schätze, wir schaffen es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Applaus